Wenn du aktuell auf der Suche nach einer sicheren Cloud bist, dann könnte Qubit genau das Richtige für dich sein. Denn Qubit ist wie eine Cloud nur besser. Warum das so ist und was die Qubit Cell und die Qubit Cloud so ausmacht, erfahrt ihr in diesem Video. Sollten dich übrigens Videos zu spannender Technik und coolen Gadgets interessieren, dann lasst euch jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns die Qubit Cell und die Qubit Cloud direkt nach dem Intro etwas genauer an. Und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Wir widmen wir uns zuallererst einmal der Qubit Cell und schauen dort in den Lieferumfang, denn hier ist natürlich zuallererst die Zelle an sich mit dabei. Außerdem haben wir ein Stromkabel, ein LAN-Kabel und auch eine Bedienungsanleitung mit dabei. Und im Grunde genommen können wir direkt damit starten, indem wir das LAN-Kabel in den Router und in die Zelle stecken und natürlich die Zelle mit Strom versorgen. Doch was genau ist jetzt die Qubit Cell? Im Grunde genommen ist das eine kleine Box, bestehend aus schwarzem schlichtem Kunststoff. Und diese ist ausgestattet mit bis zu 8 Terabyte Speicher. Auf der Rückseite der Qubit Cell gibt es einmal einen Stromanschluss und auch einen LAN-Anschluss, um sie eben einzurichten. Aber es gibt zusätzlich noch einen USB-A-Port und über diesen könnt ihr weitere 3 Terabyte per externer Festplatte hinzufügen. Das Design der Qubit Cell ist auf jeden Fall etwas futuristisch angehaucht, sieht aber trotzdem immer noch clean aus mit dem Qubit Logo auf der Oberseite. Und wo wir uns jetzt die Hardware der Qubit Cell etwas genauer angeschaut haben, würde ich sagen, sprechen wir doch einfach mal darüber, was die Qubit Cell denn überhaupt ist, beziehungsweise was sie kann. Im Grunde genommen bietet Qubit ein Netzwerk aus ganz vielen unterschiedlichen Zellen und die sorgen eben dafür, dass ein dezentrales Netzwerk aufgebaut wird, ein dezentraler Speicher, auf dem Daten gesichert werden können. Das heißt, es gibt keinen zentralen Server, wo alle Daten gespeichert werden, die von einem Unternehmen verwaltet werden, sondern es gibt ganz viele kleine Zellen, wie in diesem Video gezeigt und die sorgen einfach dafür, dass dezentral dieses Netzwerk, dieser Speicherplatz aufgebaut wird. Dank Zero-Knowledge und End-zu-End-Verschlüsselung wird jede Datei, die hochgeladen wird, direkt verschlüsselt, aufgeteilt und an ganz viele Zellen weltweit gesendet, sodass auf keiner Zelle alle Daten liegen. Das heißt, sollte eure Hardware, eure Qubit Cell mal kaputt gehen, dann sind eure Daten immer noch vorhanden und ihr könnt sie weiterhin abrufen. Durch diese Methodik sind meine Daten natürlich erst einmal sicher davor, dass sie verloren gehen. Sie sind aber auch sicher vor Hackerangriffen, vor Datendiebstahl oder sonstigen Zugriffen, weil eben auf keiner Qubit Cell die ganzen Daten liegen, sondern sie überall verteilt sind. Ein sehr zeitgemäßer Nebeneffekt dieser dezentralen Lösung ist zusätzlich, dass es natürlich keine großen Serverfarmen gibt, die gekühlt werden müssen. Es gibt ganz viele Nutzer, die einzelne kleine Zellen haben, die viel weniger Strom verbrauchen, viel weniger gekühlt werden müssen, weil sie eben nicht so warm werden und dementsprechend wird auch weniger CO2 produziert. Pro 1 Terabyte gespeicherter Daten in der Qubit Cloud werden ganze 40 Kilogramm CO2 eingespart, was etwa 360 Kilometer Autofahrt sind. Sprechen wir als nächstes noch einmal über die Nutzung im Alltag und diese ist wirklich sehr unkompliziert und simpel, denn im Grunde genommen habt ihr einfach eine Cloud, die ihr verwenden könnt, die ihr zum Beispiel mit einem Programm auf eurem Rechner installieren könnt und dann habt ihr einen Ordner und dort könnt ihr eben eure Daten ganz einfach hineinziehen und könnt auch von überall darauf zugreifen, entweder direkt von eurem Mac oder Windows Rechner oder auch von unterwegs. Das heißt, es gibt auch eine Web-Oberfläche. Das heißt, ihr seid flexibel und könnt weltweit auf eure Daten zugreifen und habt sozusagen immer die Möglichkeit, egal wo ihr seid, an eure Daten ranzukommen. Sehr schön finde ich, dass das Programm noch weitere Informationen bietet, unter anderem, ob die Zelle aktuell aktiv ist, ihr könnt sehen, wie viel Speicher noch vorhanden ist, ihr könnt sehen, wie viel externer Speicher zum Beispiel noch über eine Festplatte angeschlossen ist und auch wie viel CO2 ihr einsparen könnt. Neben der Qubit Cell, die man einmalig erwirbt und dann verwenden kann, gibt es aber auch noch eine weitere Lösung von Qubit, nämlich die Qubit Cloud und bei dieser könnt ihr monatlich zahlen und nutzt das gleiche dezentrale Netzwerk. Das heißt, jeder, der ein Qubit Cell hat, bietet sozusagen diese Infrastruktur auch für die Qubit Cloud Kunden. Das heißt, ihr habt genau die gleichen Vorteile, habt aber eben zu Hause kein Qubit Cell stehen, sondern nutzt einfach nur dieses Netzwerk mit all den Vorteilen. Die Preise beginnen für die Qubit Cloud ab 2,99 Euro im Monat, was auf jeden Fall ein fairer Preis ist. Und ihr habt auch eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr nicht zufrieden sein solltet. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr weitere Informationen zu den Qubit Angeboten und dort findet ihr auch einen Code, den ihr an Qubit senden könnt und dann könnt ihr euren Speicher monatlich kostenlos verdoppeln. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich finde auf jeden Fall, dass die Idee richtig cool ist, sie ist sicher, sie ist dezentral und vor allem auch einfach umzusetzen. Dabei könnt ihr wählen, ob ihr lieber die Qubit Cell oder die Qubit Cloud nutzen wollt. Das heißt, ihr habt auch eine flexible Möglichkeit, euch da zu entscheiden und bekommt bei beiden aber das gleiche sichere Netzwerk. Ich kann Qubit auf jeden Fall empfehlen, nutze es jetzt schon seit einigen Monaten aktiv im Alltag mit der Qubit Cell und habe dort sehr viele wichtige Daten rund um YouTube gesichert und kann es daher wirklich weiterempfehlen. Sehr gerne könnt ihr mir jetzt eure Meinung zur Qubit Cell und allgemein auch zu dezentralen Speicherlösungen mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren und wenn euch dieses Video gefallen oder geholfen hat, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu coolen Gadgets mehr verpasst und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!